Jo moin Leute, herzlich willkommen zur Formel 2 mit den Predictions für die Saison 24 aus Jeddah in Saudi-Arabien mit dem Rennen. Los geht's. Alle Sessions auf Sky Sport F1 und im F1 TV. Heute um 14.15 Uhr F25. Das Rennen gewinnt Dennis Hauger. Herzlichen Glückwunsch. Für auch Maury Kodil. Dritter wird Isa Katja. Für Jack Crawford. Fünfter wird Juan Manuel Correa. Für Joshua Dürksen. Dahinter auf sieben kommt in Stil Raphael Villagomez. Für Oliver Berman. Neunter wird Zig O'Sullivan. Dahinter kommt in Stil Victor Martins. Für St. Maloney. Und Taylor Barnard. 13. wird Roman Stanek. Und 14. und 15. kommt ins Ziel. Ritomo. Miata. Und Franco Colapinto. So, das war's vom Rennen der Formel 2 mit den Predictions aus Saudi-Arabien. Jeddah. Für die Saison 23, 23, 24. Predictions. So, wenn euch das wieder gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergiss kein Abo. Dann himmst das Glöckchen. Und das nicht vergessen, sagt ihr will. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen auf diesem Channel und bis danach. Gute Welt. Ciao.